Ja, geht weiter. Ah, halt mal mein Lieblingsfilm im Fernsehen. Füchteln oder Fernsehen? Füchteln, geißen hab ich mein Lieblingsfilm aufgepasst, für die verkalkte Aufnahme. Ja, aber... Was braucht man bitte für den Ufern? Dann gibts den mal auf Kinox.de Du bist da so ein Nepp. Kinox.de ist ja so fort. Also, da geh ich schon lange nicht mehr drauf. Nein, musst du den Werkbank weg tun? Ja. Was meine ich? Okay, dann mach ich mir selber dann auch nicht, wenn's da geht. Wir bauen uns ein bisschen Börgeini, okay? Ja. Aber ich weiß nicht, wie wir einen Ofen herstellen. Das weiß ich noch. Außerdem, für was haben wir einen Guide? Der Guide muss jetzt zu uns kommen. Ja. Erst und zweitens. Ich weiß schon wieder. Ich, ich... Ich hab keine Steine! War noch nicht da. Ja. 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 Wieso nicht? Da bauen wir dann... Mit die Brädel dann. Da bauen wir uns dann... Ja, bin grad dabei. Kost, da ist bitte da noch Ebene, Schoen. Das kommt mir nämlich nicht auf. Ich hab grad dabei. Ich hab grad dabei. Schöne Zeit losen. Schöne Zeit losen. Schöne Zeit losen. Schöne Zeit losen. okay den fach ich glaube dass das mit dem wuster obleiben noch geht wir werden sehen nachher ich habe schon jetzt wo es abgeleitet was und wie ist das gemacht wird das problem na obleiben ich habe es schon nur du kannst es nicht wirst du das gibt es wirklich du kannst es versinkt nach dem wasser immer auch mal zum großen versächtete wo sagt das wasser versinkt nicht in der erde ist gerade die brauchen unbedingt zu haken ja hockte da aber sie waren immer dann schon nachher wir brauchen wir an hier sind wir sind dann hoch brauchen müssen wir aus genau das heißt nur drei train wochen drei hätten auf der hechten baum ist unser haus wird ob der drum baum das haus da in der hechten baum oder das haus also für die es ist die chance für die leiten da wo ich braun ausbreiten und wo man ja und wo ich ausgerechnet die baukär die auf die jahre eine eingangstür bist du wohl brauchen eine holztür ich bin irgendwie der volk oder christen also du bist so ein kitzplatz was du das blaß war tödlich schulken und fläschchen ja das gesichert Ah, wie geil ist mein Mouth. Ey, mein Endicone ist auch nicht schlecht. Kannst du das? Na gut. So lange man kann... Wo ist die Kennen? Weiß ich nicht. So lange man kann ich was sein? So lange man kann die YouTube-Partner sein. Also werden wir YouTube-Partner werden, gell? Dürfen wir so keine Werbung heibringen. Also sprich, irgendwas bevorzugen. Ich habe nicht gesagt, weil ich eben raus. Es ist nur meine. Zu meiner Verteidigung. Nur du hast gesagt. Ja, aber auch nicht was für eine. Ein E-Korn hat gesagt. Was? Ein E-Korn hat es gesagt, aber keine Ahnung. Ja. Ich habe es ja genau verstanden. Also. Uh, 38 Fall Damage. Uuuuh. Uuuups. Kannst du so eine Durchgangssachen machen? Durchgangssachen? Achso? Achso? Die Holz-Klappe. Genau. Dass der Guide mir jetzt hier geteilt hat. Aber der Guide braucht noch erstens einmal ein Tier, zweitens einen Hintergrund. Darf kein Erde-Hintergrund sein. Weiß ich. Das war's ja. Äh, wo soll ich nachbauen? Da. Da. Sag da auch. Wir machen auch ein Dreierbauern. Da. Jetzt sind wir drei weg. Warte, ich mach die Tier und das... Die Guide setzen wir gleich da rechts rein, ok? Ganz links meine ich. Nein, ganz links. Du meinst. Ich bin aber langsam wieder ins Haus. Und du darfst das Haus rechts anbauen. Von mir aus? Wie letztens halt. Eins. Ja. Zwei. 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 Ich hab keinen Stein. Ich hab' so viel Holz, aber keinen Stein. A Tisch braucht auch einer. Und ehhhhh. Jeder braucht noch einen Sessel. Das weißt schon, oder? Ich hab mir zwei gemacht. Ja. Ein Sessel und... Nein, ein Sessel und ein Tisch. Das reicht nämlich. Werkbank, eventueller weiß. Geht es auch. Holztisch... So, und brauchen Sie sonst noch was? und holz hintergrund weg waren ein steinwand ein holzwand da ist ein jahr mal so schnell da schlösser tier brauchen so gespielt dass es wird eine tür brauchen es noch ich brauche der tür nein das ist zu schlösser 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 irgendwie bin ich noch voll auf die englischen nummern gewöhnt wirklich das war die in minecraft zuerst ja das bin ich noch nicht ich sag statt flasterstein immer cover ja flasterstein das will ich mir glaube ich nie gewöhnen von dem her schlösser 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 die schlösser So, da kann ich gar nicht aussehen. Ich hab' mir schon zu gewesen. Eisenkette, ja? Ich baue mir das erste... Warte, ich kann auch nicht bauen. Wenn ich 20 Steinblecke habe, das wird's vielleicht gefehlt sein. Erst einmal das ganze Kupfer. Dann ist Eisen. Dann ist Silber. Ein Eisenbreitschwert. Ich will aber Eisenpickachs. Also ich brauche noch ein bisschen mehr Eisen. Eisenpickachs? Da brauchst du eh nur 12 Eisenbahn. Dann fallen mir noch 4. Aber ich hab' jetzt mal eine Goldrolle für mein Dingsli. Einer, in dem einen Stock, wo wir hier da sind, also direkt oben drauf, von dem einen Stock, wo das ist, setzen wir gleich unsere Hütte, ok? Was für Hütte? Ja, je nachdem, was du bauen willst. Ah, so meinst du jetzt, ja. Okay, jetzt sieht das für die ganzen Leute aus. Sicher. Geil Sand. Sicher. Wir sind nur 6 Leute. Wir teilen schon auf, weil sie brauchen nicht nur ein Sessel und ein Bier und so, oder? Ja, eigentlich eh. Nicht? Ja. Ah, die Abgrenzung will ich jetzt aber nicht auszahlen. Ich mach so circa. Ja. So wird er geheißen. So, ich brauche jetzt 4 Eisenbahnen, dann könnte ich mir eine gescheite Axt machen. Ich glaub, 40 Frames sind fast zu viel für die Radier. Nicht schon, weder. Ja. Ich muss jetzt in der 40 Frames fast zu viel. Weil, beim Scrollen bei der seitlichen Bar, gell? Ja. Da geht es extremst zart, sag ich nur. Ich muss jetzt in der 40 Frames fast zu viel. Weil das so zart geht. Sind das dann nicht zwei eigentlich? Oder hab ich da eine falsche Überlegung schon wieder einmal? Wieder einmal falsche Überlegung schon wieder einmal. Nein! Ja, dann wird er ja klar, dass man ihn checkt hat. Feil! Was denn? Geil! Was ist das? Wieso geht der Geil nicht weiter? Ich glaube, wir brauchen die Woodle durch. Ja, wir brauchen die Woodle durch. Ja, aber er kommt um. Was will ich denn jetzt wieder machen? Na ja, Spinnen jetzt brauchen wir mehr. Füße mehr. Wie verbrauch' ma? Füße mehr? Ich hätte jetzt eigentlich einen Guide fragen können. Ist mir jetzt aber wohl. Daher kommt's ja nicht da hoch. Ich brauch' Eisen. Und zwar 4 Stück. Eisenbahnen. Ich brauch's mehr. Ist schon geil. Was man mit Shift alles machen kann. Ja echt, ja. halte der baute Europa 15 15 15 15 15 15 18 15 18 15 16 15 15 und Stiefel solche Laufstiefel ich hab auch da belebt langsam wieder du warst schon das dein Sandgebiet ist ist es wurscht oder? Scheiße Sandgebiet stört dir nicht theoretisch nicht das war jetzt eine gescheite Aktion für mich das war jetzt eine gescheite Aktion für mich du machst nicht gescheite Aktionen wo ich hab war das war ein schweiniger alle lehm ja wir fast haben taugend ist doch so schein offen glosenost für Slimes bitte Eisenbahnen neun Stück ja Bomben Blasrohr Leuchttrank das gefällt mir ja euer Barley hätte sein müssen alter na will gar nicht sein das muss hässlich ist glaube er besser so weil die Aktion der Heider aufgeführt hat jetzt sag ich dann auch der Aufnahme ist glaube ich besser so ja ja wurscht alles wird hier erzählt von Anfang bis Ende hier da die 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 hier